...größtes Interesse, dass eben geimpft wird, damit auch der Tourismus irgendwann wieder funktioniert. Ihren Thesensatz können wir entnehmen, dass auch Sie meinen, man muss sich auch außerhalb der EU umschauen. Ihnen geht das alles auf allen Ebenen zu langsam. Ja, es ist ganz klar. Unser Bundeskanzler hat Gott sei Dank die Initiative ergriffen. Das ist mehr als notwendig. Man muss einfach die Dinge beim Namen nennen. Die Europäische Union, die zuständige Kommissarin, hat schlichtweg versagt, ist aber nach wie vor im Amt. In jedem anderen Unternehmen, ich habe das einmal verglichen mit Bayern München, wenn die in die Mittelklasse abstürzen, würde der Trainer in der Sekunde ausgetauscht werden. In der EU passiert das halt nicht. Es sind die dilettantischen Vorgänge, die man hier verfolgen kann, vom letzten Jahr. Ich meine, zu wenig Impfstoff kaufen. Ich meine, das muss man überlegen. Also zulassen verstehe ich, dass man sagt, es muss höchste Kriterien erfüllen, das ist ja ganz klar. Aber dass heute tausende Menschen sterben, weil sie nicht geimpft sind und dass Betriebe zugrunde gehen, kleine, große, verschiedenste Menschen vor dem Nichts stehen, die zu zweit vielleicht ein Textilunternehmen eröffnet haben und die Ware gekauft haben und jetzt nicht wissen, wie sie die nächste Ware kaufen sollten, weil die alte ja noch gar nicht verkauft ist. Also hier werden Existenzen zerstört, weil man am Ende nicht in der Lage war, genug Impfstoff zu kaufen. Also mir ist das ein Rätsel und wieso diese Menschen auch noch im Amt sind. Also wie sollten denn die jetzt besser agieren, wenn sie schon vorher total versagt haben. Und was das Impfen betrifft, kann ich mich nur anschließen. Die Impfung gehört privatisiert. Der Staat ist nicht in der Lage, das ist auch einfach so, der ist kein Unternehmer, der ist nicht in der Lage, das zu organisieren. Das ist ja eine Peinlichkeit. Wir haben 4000 Hausärzte. Jeder 80-Jährige, behaupte ich jetzt einmal, hat einen Hausarzt. Die wissen am besten, wer geimpft werden muss. Die können es bewerkstelligen und die lässt man nicht. Ich meine, das ist ja geradezu sowas von grotesk. Das ist ja, wie wenn ich die Köche nicht kochen lasse und sage, es muss der Chauffeur kochen. Herr Köck, Sie haben sieben Reha-Zentren in Oberösterreich, in Salzburg, in der Steiermark und in Niederösterreich. Und sind Gesundheitsökonom. Können Sie sich dem anschließen, was Herr Harisch sagt? Vor allem, dass es privatisiert gehört und dass das alles nicht funktioniert und die EU schuld ist? Also ich kann zur EU-König und zu den Vorgängen der EU-König natürlich nichts sagen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir zuerst unsere Hausaufgaben machen sollten. Wir haben im Vergleich zu Dänemark zum Beispiel, also Dänemark hat um 30 oder 35 Prozent mehr verimpft als Österreich. Das hat Malta mehr als doppelt so viel. Ungarn um 50 Prozent mehr. Also es wäre ja mal möglich und die Kollegin hat ja, glaube ich, wichtige Hinweise darauf gegeben, eine nationale Strategie der Logistik und des Ausrollens der Impfstrategie zu haben, die konsistent ist. Wir haben eben, wie Sie gesagt haben, in vier Bundesländern Reha-Zentren. Es gibt in jedem Bundesland eine andere Strategie. Es gibt völlig anderes Vorgehen. Häuser werden zwei oder drei Tage vorher informiert, bevor die Impfung dort zu organisieren ist, weil die Impfdosen kommen. Und ich verstehe im Grunde nicht, dass bei etwas wie einer Pandemie, die ja wirklich das schwierigste und schlimmste Ereignis ist, dass wir in unserem oder zumindest ich in meiner Lebenszeit erlebt haben, es nicht möglich ist, eine Logistik zu haben, die den Föderalismus ignoriert. Es kann ja nicht sein, dass ein Land mit acht Millionen Einwohnern neun verschiedene Strategien hat. Die Niederösterreicher impfen in den Praxen, aber nicht in allen. Wien macht Impfstraßen, in Tirol wurde bereits Ende Jänner geimpft. Also ich glaube, es braucht eine nationale Strategie und es braucht in dem Sinne, glaube ich, keine Privatisierung. Weil wir haben ja zum Beispiel am Jahreswechsel 2001-2002 innerhalb von Stunden die Schillinge aus zigtausenden Bankomaten ausgeräumt und die Euros eingeräumt, sodass dann wirklich um null Uhr Euros dort heraufkommen und dann war eben das Militär, also das Verteidigungsministerium, das Innenministerium dafür zuständig. Also wenn man sich zum Beispiel Dänemark anschaut, die haben eine ganz zentralisierte, hoch digitalisierte und konzentrierte Strategie der Aufrollung und nicht eine, die in unterschiedlichen Regionen anders ist. Privatisierung, glaube ich, ist natürlich, wenn das heißt, man involviert niedergelassene Ärzte. Das ist die Privatisierung, ich meine das, meine ich ja als Privatisierung. Das ist nur nicht Privatisierung, sondern man benutzt eine Infrastruktur, die es gibt. Aber sie ist ja privat. Sie ist ja privat. Aber Privatisierung ist ja sozusagen ein Wort, das eine andere Bedeutung auch noch hat, als zu sagen, wir involvieren niedergelassene praktische Ärzte. Und diese Infrastruktur zu nützen und das in effizienter Form ist sicher ein richtiger Vorgang. Aber zusammengefasst, Föderalismus aus Ihrer Sicht ist Gift für die Impfstrategie. Das kann ja nicht sein. Also wenn man sagt, der Kampf gegen das Virus, also wenn es schon so etwas wie ein Kriegszustand im Gesundheitssystem existiert, und das ist so, wenn man sich die Fälle, die Todesfälle und den Schaden anschaut, dann braucht es natürlich eine nationale Strategie und eine zentrale Strategie, die das ausrollt über das Land und föderale Partikularinteressen hinter anstellt. Frau Wirtunger-Hoche, Bundeskanzler Kurz hat gemeint vor ein paar Tagen, es kann auf Dauer nicht sein, dass in anderen Ländern schneller Impfstoff genehmigt wird, als durch die EMA, also durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Ist die Arzneimittelbehörde in Europa zu langsam, zu bürokratisch? Also zu Beginn würde ich gerne sagen, dass für uns bei der wissenschaftlichen Bewertung auf alle Fälle der Mensch im Mittelpunkt steht. Und der europäische Bürger hat ein Recht darauf, einen qualitativ hochwertigen, sicheren und effizienten Impfstoff zu bekommen. Die Verfahren wurden speziell jetzt für die Covid-Therapeutika und für die Covid-Impfstoffe geändert, adaptiert, sodass Bewertungsverfahren parallel laufen. Die werden durch die entsprechenden Experten parallel evaluiert, um Zeit zu sparen. Und wenn es eben heißt, in der EMA wird zu langsam bewertet, möchte ich auch nochmal festhalten, Es ist nicht so, dass die Angestellten der EMA in ihrem Gebäude in Amsterdam diese Bewertung vornehmen, sondern alle Experten unserer nationalen Behörden arbeiten jetzt zusammen, um robuste, transparente Assessments, Bewertungsberichte zu erstellen, damit wirklich sichergestellt ist, dass die Impfstoffe mit einer hohen Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit auf den Markt kommen. So gesehen, man kann immer noch lernen, man kann immer noch etwas verbessern, aber so sind die Verfahren, die wir jetzt haben, wirklich schon sehr, sehr gestraft. Woran liegt es, dass wir ungefähr, auch der zuständige EU-Kommissar Breton sagt, wir liegen ungefähr vier Wochen immer nach den USA, woran liegt das dann? Das ist eine sehr interessante Frage und man müsste auch genau analysieren, zu welchem Zeitpunkt die jeweiligen Firmen die Unterlagen bei den Behörden vorlegen. Denn die Bewertungszeit ist, glaube ich, relativ gleich. Und es liegt auch daran, wir haben unterschiedliche Rechtssysteme in unterschiedlichen Regionen, die nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar sind und eine Notfallzulassung teilweise ausgesprochen wird, so wie es in UK auch für den AstraZeneca-Impfstoff war. Das heißt, es ist eine vorübergehende Genehmigung, die Möglichkeit des Vertriebs einer nicht zugelassenen Arzneispezialität. Aber da sagen natürlich viele, es ist ja auch ein Notfall, also warum nicht doch eine Notzulassung in dieser Ausnahmesituation möglich ist oder gewesen wäre. Eine Notfallzulassung hat natürlich auch noch andere Konsequenzen, nämlich auch im Zusammenhang mit der Haftung. Die Industrie ist ja daran interessiert, dass sie in Europa eine Zulassung, eine wirkliche Zulassung bekommt, weil damit die Unterlagen ja geprüft werden, die Unterlagen, die von uns geprüft werden. Und bei einer Notfallzulassung ist die Frage, was wird vorgelegt, was wird geprüft. Und es ist auch, glaube ich, im Interesse des Bürgers, dass er wirklich sicher sein kann, dass er gut geprüfte, nach europäischen Standards geprüfte Arzneimittel bekommt. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat heute Abend in einem Interview im Standard, das morgen erscheint, gesagt, wir müssen straffen in der Arzneimittelbehörde, unserer Zulassungsbehörde die Prüfverfahren. Also die sieht das jetzt, also die schiebt das eigentlich jetzt auf ihre Behörde, dass es vielleicht zu langsam geht. Es ist auf alle Fälle, dass man aus den Verfahren, die man derzeit hat, noch lernen kann, dass man noch etwas straffen kann. Es gibt auch eine neue Gesetzgebung, die ein erweitertes Mandat für die EMA vorsieht. Wir müssen dieses Konstrukt natürlich genau anschauen, aber auf alle Fälle ist ein europäisches Zulassungsverfahren, das letztendlich mit einer europäischen Zulassung endet, die in allen EU-Staaten Gültigkeit hat. Wesentlich rascher als einzelne nationale Zulassungsverfahren, die sonst von den nationalen Behörden bewertstelligt werden müssen. Frau Carlo-Daniel, Ursula von der Leyen hat auch im selben Standardinterview gemeint, dass jetzt viel mehr Impfdosen zur Verfügung gestellt werden. Im Jänner waren es 20 Millionen, im Februar 30, im März sollen es 50 sein. Und dann April, Mai, Juni jeweils 100 Millionen Dosen. Versprechen haben wir schon viele gehört. Können diese Versprechen gehalten werden, nämlich von der Industrie? Bevor ich auf Ihre Frage antworte, möchte ich vielleicht gerne noch zu dem Kommentar von der Frau Dr. Wirtum etwas sagen. Die Industrie begrüßt eigentlich diesen Vorgang der europäischen Arzneimittelzulassung sehr, weil gerade im Rahmen der Pandemie wird sehr viel hinterfragt bezüglich der Wirksamkeit und der Sicherheit von Impfstoffen. Und uns als Hersteller ist es extrem wichtig, dass wir ein Produkt zur Verfügung stellen können, das ausreichend geprüft ist. Insofern haben wir Verkürzung der Verfahren erfahren. Das durften wir erleben. Wir haben diese Rolling Review bekommen, wo wir schneller laufend Unterlagen einreichen konnten und konnten schneller sein. Aber ich glaube, wir sind jetzt in der Situation, dass wir drei zugelassene Impfstoffe haben. Einer steht vor der Tür, ist hoffentlich bald auch verfügbar. Und soweit wir wissen, ist es so, dass alle Hersteller ihre Produktionen...